ich habe ein Profit für Witz dem sollten wir nachgehen die Kette er hat er hat er hat so hohe der Schemmerz mal auf 4 Prozent die noch und die und die nicht dahin sondern dahin und der Finder so was haben wir hier erst mal einen Moment beschwören will wird wird okay und das haben wir hier ein Auge eine Fee okay die müssen wir wahrscheinlich bestimmt kaputt machen hat bestimmt was damit zu tun drachen bomba professor wo sind sie das normale ziel ich gehen davon aus dass jetzt die start für meinen ich werde die Gegner trotzdem wenn wir sie er wird sie nur 20 scheiße wo habe ich mich da reingebracht alter so ja wie machen wir das denn am besten stimmen wir zu verlieren rot magie feuer und auf den drachen kauf weil der meiste nehmen sei was soll das denn meine fresse luftreißer wer wird er 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 steht voll drauf er teilt bestimmt hammerhart aus der tippe da aber und danke ich dachte ich kassiert sind wird weil ich einmal verfehlt habe war frau komm oh ja explodiert bitte schade verfehlt danke bitch ja natürlich wie wie kann man so ein fett stück scheiße denn übersehen was heißt übersehen wie kann man das verfehlen ey hallo come on na 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 kessler level up so haben wir hier jetzt noch auf den schlitzen wir dem auf so ziehe ich ihn mal in seinem auge ja alter der palle die machte richtig die ps alter meine frisse er macht gar nicht der machte richtig schaden alter meine herren Der nachher mit Doppelschwert, der gibt die Stimme richtig ab, aber so richtig. Zweimal Excalibur, boah, boah, da freu ich mich jetzt schon drauf. 620 Erfahrung, ich der meinte, nichts. Mit Laufenden konnten wir, nein, lass meinen Mugeln in Frieden, bitte. Nein, tot. Bam. Hahaha, wo wusste ich das nur? Alter, ohne fuck, Mann, meine Friese. Ja, es kommt noch nicht viel dazu, die wedelt sich auch noch einen von der Palme. Schön aus Feld, jawohl. Na doch, nicht schug. Schug ist das, du, ei, ei, ei. Puff, der machen wir mal hier, man hat schon umsonst eine Weißmargiererin. Hol den mal wieder, ausnahmsweise. Mal sehen, wie lange ich überlebt, ich stehe die Zeit. Wiederbeleben konnte, obwohl, immer mehr der Hälfte des Lebens kommt da wieder, ne? So, irgendwie war das. So, und jetzt verpassen wir dir nochmal, ich war auch jetzt, ich war auch jetzt, vor allem Bauch, ja natürlich, ist ein Bauch, mein Gott, sein ganzer Körper ist einfach, ich meine, er ist fett. Passa, wasser Schleier, pass auf, komm, komm, die neue Kommission, wir wollen mal abziehen, alter, locker, locker, locker. Platsch. 14, meine Herren. Komm, diese sind gar 14 in den Perioden. Aber, so, stellen wir uns erst mal hier hier ein bisschen weiter weg. so schön so und nun am besten steckt obwohl wir machen mal so blitzler gerade feuer keine riesen eingehen weil der verteilt aber auch lollis ne wie ein pädobäer so ich glaube ich brauche mit ein paar laden laufstiefel engels ring weg ich habe nicht mehr zu besiegt dann laufstiefel anlegen und dann läuft es bestimmt versteht ihr der läuft weil dann konnte ich ein stück weiter weil parlin hat glaube ich nur Prozent drei Schritte die gehen darf kann muss soll die der 1 2 3 schuld das kann man besser machen aber auch die geliebten laufstiefel oder eben die Germinas oder Germinas oder wie die Viecher heißen damit konnte ich schon auch ein bisschen weiter vor allem im Springer muss er bedenken ich habe eine schwere Plattenrüstung an das könnte ein bisschen auf den Körper gehen da muss man auch erstmal mit springen mit 100 Kilo also ohne Rüstung nein natürlich nicht so Eis Eis Baby schwing 40 das ist wenig jetzt nicht wenig muss ich echt sagen da habe ich mir mehr auf jetzt kriegst du noch mal hier die ich nix ist mit heilen alter vorderst dein glück heraus warum ist sie jetzt dran ja natürlich und die hätte sie dem ausrufen heilen und autor Nööö jetzt bräuchte ich mal irgendwie so ein ähm äh na ich wollte gerade sagen tierfergewaltiger aber das ist ja nicht ganz gut das genau ein richtiges Wort ich wollte sagen Bessien ben ja genau den wollte ich habe weil gehen gehen könnte ich jetzt übernehmen die vielen und dann könnte ich engelsgeflüster auf meinen weniger machen und er könnte das denn lernen superplan ich meine engelsgeflüster ist bestimmt vollkommen heilen und äh autoregener auto k.o. wieder nehmen doch vollhammer uhr oder acht zeit schl-l-l-lo magieren so pass auf den bunkern wir da und blitzka was zu fack warum habe ich verfehlt nie auf den kann ich knicken der kann sowieso nichts obwohl oder 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 das wesen dort roma hallo ich bin hier helft mir und so wird er es kommt von der statu welcher statu lag es jetzt daran weil ich beide zerstört habe kassiert erschleiert ok petro krepierer warum hast du nicht gelernt so was haben wir hier die genügend polschleier und teilschleier an die wir machen das so und suchen mal schneller versteckten ade er ist das geil wenn man hier keine plätschen Anfallkrieg der Weisung nicht haltet den dieb die wir wissen dass du unser mithril jetzt stehlen willst ich wollte nur herausfinden ob es hier welches gibt netter versuch wir wissen warum du hier bist Tobias woher damit schnatt den koppel ja irgendwie nicht mit mir ne versuch mon blanc kessel die den schimmer kessler dahin und delphin dahin worte sie gar nicht er könnte die trigo hat ohne jongleur und ich könnte euch blicken durch blicken durch blicken der schmeißen durch der schmeißene fackel die feuerbombe die sausende fackel und natürlich ist sie im beserker ja schon scheiße war du kleiner wichtig der ist der piet pietjp was geht maju ilia von bremen und marius eine gute frage wen durchbauen wird erst ist ich schnapp jetzt mal den job höher schritt da vor kleiner wichtig schock ich mal das allerfeinste vor habt ihr das gesehen wenn das nicht mal mega immer war ich habe mir schon fast vor vor nebenbei lässt in die hose gemacht und ich habe vergessen laufen zu ziehen die ich vorhabe nein keinen scheiß schick die ich doch führbar für mich zu stellen so viel scheiß pech kann man nicht haben alle verfehlen sie nicht langsam schwarz magier den fetten und und den paladin hallo wir bilder sind um ein gott würde sturm wir bilder sind ja 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 nur den fetten und getroffen ist schon scheiße ne so pass auf das ist mal das zeitliche segne man kommt jetzt mir scheiß egal ob du konnte hast du frisst gleich mal gar nichts also das ist ja wohl ein paar auf der geht jetzt hier so hin und macht kursor ne die kleine pissenelke ja natürlich haalt rein doch nicht gekappt ich glaube kursor geht wohl doch nur auf sich selber ja genau wissens wissens tust wissen tue ich es jetzt nicht aber was ich weiß dass dieser blitzker treffen wird er wird einstieg wie ein wie eine bombe oh yeah das spürt so ob es wir da mal hinweisen vor dem kassiert jetzt kriegt der blau magier mal 1 aufs Maul schaden gleich empfieh bis das jetzt scheiße kann man keine mp mehr hatten mp liga mit da kommen die vierte ich möchte sie dem ab erhält sich in grenzen geht auf jeden fall besser es wird dir frisst erst mal blitzker wieder zwar nicht so stark ist aber trotzdem ja oder du weißt einfach mal aus scheiß schmuggel alter oh jetzt kommt er jetzt 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 geht's los hier oh gott giga gleisen ja nö sieh ich nicht ein da hat in der oft diese 59 er stand schwerer schaden und nicht nur lappenhafter schaden ja was ist das für eine verarsche hier ich ja ja messer du mich mal naja wirklich ja 70 mit einem messer alter das habe ich ja noch nie erlebt wie soll das denn bitte gut ausgehen 70 70 die ne da wollte ich nicht hin aber schön dann kann sie mir das anbieten amt erbietet die akte dafür die mich haben blitz und jetzt mal schön auf beide ja reflexe voll mit so einem fetten hund wie die reflexe traurig war davon so so ne maki bahn ist es definitiv nicht aber den kleinen mogel können wir hier mal den kopf einschlafen ok wieso haben animisten immer so fucking viel verteidigung da come on meine kurzer test ja ok so wie willst du meinen jetzt bitte schlagen hm glaubst du wirklich dass mich das davon abhält dich zu töten ne kleiner schleimer ich werde dich ungespitzt in den scheiß bodenramm deine eltern anrufen deine leiche dort präsentieren und dich nochmal in den bodenramm da werde ich dich begraben auf dich rauf scheißen das begraben dich wieder ausbuddeln das ist der plan oh yeah voll der geile plan muss ich ehrlich zugeben aber ohne scheiß komm alter das kannst du ja natürlich war ich da aus ja ja ist klar vor allem weil er jetzt auch dran ist oh mein gott mo glanzer ne ne uuu evelina einmal stattdessen moogschild wow das ist total amazing jetzt kommen wir mit seinem deutsch ne spaß dir ne zug jetzt aus lächeln wie schwul lächeln wie schwul wow so fress das ihr kleinen säcke naja das bringt ja auch nichts denn ihr fress beide jetzt erstmal eine fernfaust die hoffentlich über 60 abzieht euch doch ja natürlich überlebt ihr mit einem alter natürlich warum auch nicht das sieht nicht gut aus mädels das ist richtig scheiße aus lass mich raten ist der blau magier dran wenig sind wir hier nicht in irgendeinem jackdorf wieso ist der jetzt auch er ist ja schnell scheiße muck ritter jetzt heute sich erstmal ja ja doch kein scharf und schau h 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 so wenig sich beide treffen dann ist aber schicht im schacht alter dann habe ich keinen bock mehr so schweiß blau magi alter pisser wieso ist der jetzt schon wieder dran waren scheiß schon höher verpiss dich in ein zirkus woher kommen soll der natürlich seit wann es bild den jonglier so scheiße stark total unrealistische wenn ich jetzt verfehlen dann raste ich hier aber aus meiner ganze zeit nur am verfehlen bei dem so schön langer part heute wieder vollzieht jeder wie jeder einfach jeder muss ich aber jeder drüber vor das machen wir noch mal blitz der eis natürlich als natürlich schöner schimpel und so passt zur atmosphäre ist das ja so dass wir jetzt abenteuer das wieder die jetzt alle wieder zu überleben wenn dann einmal mal blau und weise und der linie richtiger friedhof jetzt hier was geht denn bitte ab zieht 108 ab und kassiert nur 50 als schaden das ist doch so lächerlich jetzt sind wir sogar versenkt und dann geht das ich aber auch nicht dann garantiert die droht magie ja natürlich das hatte ich sowieso vor naja nicht mein problem scheiß mission scheint als habe ich dann jetzt aufmerksamkeit er muss irgendwo sein komm raus dann ich weiß dass du hier bist du kleiner spaß das war also nur ein trick um mich hierher zu locken ganz genau ich weiß schon was du sagen wirst du mir das kommt zurück mit mir dann hier keine chance ich bin anders als du du hast alles aber was habe ich doch nicht das ist nicht wahr es ist nicht wahr du kannst laufen du bist nicht krank du hast freunde kannst niemals dachten haben ich kann das auch alles haben dieser welt ich habe viele freunde in meinem klaren und bald werde ich stark genug sein für gefechte und hier nicht ich kann hier spaß haben und du willst das alles wegnehmen nach hau zu gehen heißt nicht alles zu verlieren das geht nur für dich du hast alles dort nicht alles damit was denn was hast du nicht sagt mir sagt mir nicht dass du noch mehr haben willst ich habe nie gesagt dass ich etwas haben will ich habe alle ich will und ich will nicht die ich will dies und ich will das und ich muss immer alles hinnehmen ja du warst immer krank und nicht ich aber war so beschäftigt damit sich um dich zu kümmern ich kann nichts für mich verlangen oder ich war einfach so dass man mal die alle aufmerksamkeit gab besonders nachdem wir von papa weg und aus land zogen es war als lebt ich alleine ich habe nicht alles ich habe fast gar nichts ich weiß dass du glücklich warst als du herkommst ich war es auch ich mag diese welt alles ist möglich ich weiß dass dies nicht die real welt ist aber aber trotzdem es macht so viel spaß kann laufen ich will nicht zurück in meinen rollstuhl selbst wenn die welt sich zurückverwandelt glaube ich nicht dass du alles verlierst was wir ja ich bin sicher dass du zuhause auch laufen kannst ich werde alles versuchen wir zu helfen meine fresse aber was für ein gehör was ich habe nichts gesagt gut ich hoffe wir nähern uns langsam an den in den enden in den enden in den händen hin genau ganz genau so das kann weg die tippen haben verkehrschutzjagd bittschutz und dann kam mir hier Kettenrüstung alles klar wir sehen uns in nächstes Mal verfolgt es ist das so viel besser tschau tschau